Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch. Du willst sprechen von Madame, Madame oder Madame, Web? Wie würdest du es sagen, Melanie? Also ich höre die ganzen coolen Leute Madame sagen. Okay, Madame, dann versuchen wir es auch so. Hallo bei Madame, Web, unserer Besprechung. Mit mir bist du und schon gehört der Melanie. Der Film startet am 14. Februar, richtig am Valentinstag in den deutschen Kinos und er führt das Sony Spider-Verse fort. Eben dieses Spider-Verse, was halt eben mit den drei Hauptfilmen mit Tom Holland quasi aus der Taufe gehoben worden ist und dann mit Venom, Venom 2 und letztes Jahr oder was vorletztes Jahr schon Morbius halt eben weitergeführt worden ist. Melanie, welchen Kontakt hattest du bislang mit diesem Sony-Spider-Universum? Also ich habe natürlich alle Spider-Man-Filme gesehen und halt Venom. Morbius habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Eben aus dem Grund, weil ich nicht so viel Gutes über den gehört hatte und dann dachte ich mir so, naja, vielleicht kann man sich den ja einfach sparen. Ja, ich habe sie alle gesehen. Ich muss auch sagen, ich finde den ersten Venom auch gar nicht so schlecht. Ich finde, der ist, ich habe ihn bezeichnet als Vergessenswerte Kurzweiligkeit. Also ich finde, der tut nicht weh, der macht durchaus Laune, aber ist jetzt kein Film für die Ewigkeit, muss aber auch so nicht sein. Die Fortsetzung, Let the Be Carnage, fand ich aber schon echt nicht mehr so pralle. Ehrlich gesagt, fand ich den ziemlich schlimm. Und Morbius war für mich wirklich, ja, so ein Blockbuster-Bodensatz. Ich mag es nicht gerne, auf so Filme draufzuhauen, aber bei Morbius muss ich leider sagen, alles Schlechte, was über diesen Film gesagt wurde, trifft halt leider zu. Und jetzt hat Sony aber gesagt, nein, wir kämpfen weiter für unser Universum. Nicht, weil wir Geld haben wollen, natürlich nicht. Nämlich, wir kämpfen für die Kunst. Natürlich wollen sie Geld haben, ist das klar. Und Madame Web oder Madame Web soll nun halt eben alles besser machen. Ob das gelungen ist, das werden wir jetzt hier in dieser wunderschönen Besprechung euch verraten. Bevor das aber stattfinden kann, bräuchten wir noch eine Sache zur Erklärung. Und zwar, Madame Web, wer, was ist das überhaupt? Melanie, hast du da die Antwort für uns? Also, Madame Web oder Madame Web erzählt eine Standalone-Origin-Story und dreht sich um Cassandra Web, die als eine Rettungssanitäterin mitten in Manhattan arbeitet, aber eines Tages Kräfte entwickelt, mit welchen sie in die Zukunft zählen kann. So sieht sie dann auch, wie drei Teenagerinnen von einem Mann in der Bahn angegriffen werden und versucht nun alles daran zu setzen, die Zukunft zu verändern. Ich würde sagen, dass ich von Madame Web schon ein bisschen überrascht war. Ich dachte, das wird so ein normaler Superheldinnen-Action-Film. Er ist aber tatsächlich gar nicht mal so actionreich. Also, ich habe tatsächlich in den zwei Stunden relativ wenig Action registriert, oder? Ja, ich war eigentlich, das ist mir eigentlich auch aufgefallen. Ich war irgendwie auch ein bisschen überrascht, dass er dann doch so, schon ein bisschen anders war, ne? Definitiv nicht so actionreich, aber, ja. Lass uns mal die positiven Punkte erstmal so ein bisschen abhandeln. Ja, also, das fand ich also an und für sich schon mal ganz nett, dass er so einer Linie folgt, die ein bisschen untypisch für diese Art von Film ist. Das heißt nicht, dass es da keine Action-Szenen gibt, aber ich hatte halt eben diesbezüglich was anderes erwartet. Es geht halt wirklich darum, wie diese Cassandra ihre Kräfte entwickelt oder entdeckt und wie sie halt, du hast es schon gesagt, diesen drei Mädels hilft. Und es ist auch quasi eine Art Fluchtfilm, denn ihr Widersacher, gespielt von Tahar Rahim, den würde ich bezeichnen als so eine Art Black Evil Spider-Man. Also, er hat durchaus so Kräfte, die an Spider-Man erinnern und, warum auch immer, er hat auch eine Uniform, die ähnlich aussieht wie die von Spider-Man, obwohl Spider-Man, der Filmspiel 2003, zu der Zeit noch gar nicht existiert hat. Ja, das ergibt auch wieder sehr viel Sinn. Ich merke schon, wie mir anderen hier gerade so durch das Minen fällt. Wir versuchen gerade die ganzen negativen Punkte so ein bisschen außen vor zu lassen und so uns dem Positiven zu widmen. Was positiv ist, der Film hat eine tolle Besetzung. Dakota Johnson mag ich ganz gerne. Ich auch. Sidney Sweeney spielt hier auch wieder mit. Wir haben Tahir Rahim, wir haben Adam Scott, wir haben Emma Roberts, wir haben Julia Hennessy, Lesto Parker könnte man noch kennen. Also, die Besetzungsliste ließ sich wirklich gut. Und das lässt hoffen. Was kann ich sonst noch Positives sagen? Die Musik, die ausgewählten Songs. Das ist ein tolles Mixtape. Das mit Toxic war eine sehr nette Idee eigentlich. Genau, also das kann man, glaube ich, erklären. Es gibt eine Szene, da wird im Radio bekannt gegeben, wir hören jetzt zum allerersten Mal den neuen Britney Spears-Song, glaube ich, ist das. Und dann wird Toxic dazu genutzt, damit wir wissen, in welcher Zeit, also nicht in welcher Dekade, aber in welcher Zeit wir im Film gerade wirklich sind. Das war eine nette Idee. Das war echt eine nette Idee. Weißt du, was ich auch noch mochte? Ich fand auch es eigentlich irgendwie interessant, so die Ausschnitte zu sehen aus dem Leben von so einem Rettungsdienst, weißt du? Das fand ich irgendwie voll interessant, sowas zu sehen. Das stimmt. Es ist eine Berufsart, die wir selten zu sehen bekommen. Man muss aber auch da sagen, dass der Film sich nicht so viel mühe hat. Ja, wie akkurat. Akkuratesse, ob das jetzt alles so stimmt, sei mal dahingestellt, weil da wird halt ganz viel gemacht, wo ich mir denke, ich weiß nicht, ob jetzt so eine Herzdruckmassage was hilft. Vielleicht, aber sei es drum. Es tut mir leid, aber ich habe nicht mehr. Also an positiven Sachen. Ja, ich habe noch was, warte. Bitte. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich fand Adam Scott, der Ben gespielt hat. Ich wollte gerade den Nachnamen sagen, aber ich sage einfach Ben. Den fand ich sogar sehr sympathisch. Der hat mir einfach als Charakter sehr gut gefallen, auch wenn er nicht so oft vorkommt. Dann hat es mich gefreut, Emma Roberts zu sehen. Und ich fand eigentlich auch eine Szene ganz lustig, und zwar bei dieser Babyschauer, wo sie dann gesagt hat, dass ihre Mutter bei der Geburt gestorben ist. Das war irgendwie schon ein bisschen witzig. Ja, das war's. Okay, das heißt, wir haben jetzt keine Karten mehr auf der Hand im Bereich Positiv an dem Film, oder? Ja, weißt du, das Ding ist halt so, ich fand manche Sachen gar nicht, also ich fand manche Sachen hatten einfach nicht so eine schlechte Idee, weißt du. Zum Beispiel auch diese Dynamik mit den Mädchen fand ich eigentlich auch an sich nicht so eine schlechte Idee. Aber dann ist da halt so ein anderer Punkt, der mich so enorm daran gestört hat, weißt du. Ja, aber dazu können wir ja kommen. Also, das gebe ich dir. Es gibt wirklich in dem Film viele Sachen, die von der Grundidee gut sind, dazu, oder interessant sind. Dazu zählt halt auch ihre Kraft, weil diese Cassandra jetzt keine Superkraft in der Hinsicht bekommt, dass sie jetzt Autos hochheben kann, oder wie halt der Bösewicht an den Wänden laufen kann. Aber sie kann halt die in die Zukunft sehen. Und das ist an und für sich relativ interessant, das erinnert vielleicht so ein bisschen an Edge of Tomorrow, wo halt Tom Cruise immer, wenn er stirbt, wieder zurück in die Zeit geht und alles normal macht. Ja, dieses Time-Loop. Und daraus macht Edge of Tomorrow, aber auch täglich so das Moment hier, macht er ja daraus was. Aber hier, bei Madame Webb ist es immer nur so, sie sieht, es wird irgendwas passieren oder sie stirbt irgendwie. Dann kommt so ein Sound-Effekt und es fängt wieder von vorne an, die letzten zwei Minuten, dann macht sie was an. Das war's. Und das ist so bieder und langweilig auch inszeniert. Ich finde, dass die Macher oder die Macherin, das war eine Regisseurin, S.J. Clarkson, die hat vorher, glaube ich, auch nur Serien gemacht, aber sehr viele davon, einfach ein Drehbuch umsetzen muss, was besser nicht umgesetzt worden wäre. Also das ist leider, ich sage es, es tut mir leid, es ist eine Vollkatastrophe, dieser Film für mich. Aber dieser Aspekt, ja, dieser Aspekt, das erklärt auch, warum dieser Film halt so ein bisschen weniger mit Action zu tun hat. Es ist irgendwie mehr so ein Film, der quasi in ihrem Kopf spielt. Also so viele Aspekte von der Action sind, also passieren eigentlich gar nicht, sind dann quasi in diesen Visionen. Und es ist halt in dem Sinne halt mal anders und erfrischend, weil sie eigentlich nicht quasi wirklich gegen den Bösewicht kämpft, also physisch kämpft, ne? Sondern eigentlich eher mit ihren quasi Ideen, so in dem Sinne, ne? Dass sie so quasi eine Taktik sich überlegt. Aber ja, wie gesagt, das würde ich jetzt einfach nochmal nett rausstellen. Ich finde auch so, es gibt halt so viele Filme, die diesen ganzen Aspekt mit ich sehe was in der Zukunft oder ich kann die Gegenwart gerade verändern, weil ich halt die Zukunft kenne. Es gibt so viele Filme, die das so viel besser und so viel interessanter gemacht haben. Und ich fand auch an manchen Stellen, dass das irgendwie halt langweilig war, wirklich. Ja, also kann ich nur beipflichten, der Film ist weitestgehend schnurzlangweilig. Also wirklich, ich würde nicht sagen, dass er langatmig war. Also obwohl er fast zwei Stunden geht, ist er jetzt nicht so, dass ich auf die Uhr geguckt habe, wann ist es endlich vorbei. Aber selbst wenn halt was passiert, hat es mich entweder aufgeregt, also können wir später kommen, es war mir entweder vollkommen egal oder ich fand es einfach nur total öde. Das ist wirklich so eine Art von Blockbuster-Kino zum Abgewöhnen, weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass hier in irgendeiner Hinsicht irgendeine Art von Sorgwart reingesteckt wurde. Wirklich gar nicht. Das sieht man aber auch vor allem sehr schön an den Figuren. Und wir haben gesagt, die Besetzung an sich liest sich top. Da bleibe ich auch bei. Aber was sie daraus gemacht haben, mein lieber Scholli. Also ich erwarte nicht, dass sie ein Tahir Rahim wirklich so gut benutzen, wie jetzt in einem Film wie ein Prophet. Aber, dass die Sydney Sweeney, die gefühlt hier jetzt irgendwie nur Filme dreht, die ist glaube ich ihr dritter oder vierter Film dieses Jahr, in den die Kinos kommt in Deutschland. Dass sie die arme Frau konstant in einem Outfit rumrennen lassen, dass sie sich vermutlich bei irgendeiner Pornoproduktion geliehen haben, wo irgendwie noch vorher auf dem Wäschesack Schoolgirl drauf stand. Und, sorry, das ist einfach nur fast schon aberwitzig scheiße. Es tut mir wirklich leid, das so hart auszudrücken. Aber was haben sie sich denn dabei gedacht? Das war so eine Bankrotterklärung. Und diese Bankrotterklärung gibt es viele in diesem Film. Ich nenne es mal kreative Bankrotterklärung. Bankrotterklärung. Alleine die grobschlechtigen Charakterskizzierungen, wenn sie überhaupt vorhanden waren, waren so unter aller Sau, dass es mir wirklich schwerfällt zu glauben, dass da jemand gesagt hat, ja, das ist gut, das funktioniert. Ja, also man muss es halt leider echt sagen, die Mädchen, die sind halt einfach so stereotypisch geschrieben worden. Also wir haben einmal das coole Girl, ich glaube sie hieß Maddie, ne? Glaube ja, aber ich und Namen. Ja, dann ist halt Sydney Sweeney dieses Good Girl, ne? Und dann haben wir nochmal, ich glaube Anja, ne? Genau, Matty, Julia ist Sydney Sweeney und diese Isabella Mercat ist Anja. Genau. Und Anja ist halt die Schlaue. Und das wird halt wirklich so plakativ durch das Kostüm von denen porträtiert, ne? Also halt durch deren Outfits. Ich meine, allein Anja, ne? Die trägt ein T-Shirt, wo auf, mit der Aufschrift, wo steht, I eat math for breakfast. Um dann eben zu sagen, dass sie gut in Mathe ist. Ja. Das ist halt irgendwie so, hä? Und dann ist halt auch noch von Maddie der Charakter oder von Maddie dieser Charakter so unnormal nervig. Und dann eben dieses stereotypische Teenager-Gehabe, dass sie sich, selbst wenn die in Lebensgefahr schweben, ne? Dass sie sich nicht zusammenreißen können und sich dann direkt an so eine Gruppe random Jungs ranmachen müssen, dann auf den Tisch tanzen. Und das war halt so, das war so überhaupt nicht glaubwürdig, wie man Teenager beschreiben würde, weißt du? So, es war halt einfach so, nee. Auch halt eben, dass natürlich, dann kommt natürlich irgendwann so dieser, dieser Reveal, dass sich jede der Figuren so ein bisschen öffnet. Und dann kommt halt dann der raus so, eigentlich sind sie alle sehr einsam. Und eigentlich wollen doch alle nur geliebt werden und brauchen eine Familie. Und das ist dann auch wieder so Schema F und ich kann es nicht mehr hören. Wirklich. Ich meine, ich finde, diese Botschaft an sich ist ja gut und schön, ja? Aber dann verpackt sie doch mal anständig. Das ist ja, das schmeckt halt so wie altes Pausenbrot, was irgendjemand drei Wochen lang in seinem Ranzen spazieren getragen hat. Das ist, da ist nichts Frisches, da ist nichts Genuines mehr dran. Das mieft einfach so, ah, es ist furchtbar. Und ich kann mich nur wiederholen, aber da dieser Film, für mich war es eine Vollkatastrophe. Ich war schockiert, wie wenig Sorgfalt da reingeflossen ist. Natürlich, technisch gesehen, ist der in Anführungszeichen solide. Natürlich erkennst du bei den Effektshots, was sind Effekte und was nicht. Es sieht aber jetzt nicht so furchtbar aus wie in anderen Filmen. Ich nenne es mal hier zum Beispiel The Expendables 4 oder so. Aber inhaltlich und erzählerisch ist das für mich, also, ja, tritt in die Eier. Ich sag's ganz ehrlich. Ich wusste auch die ganze Zeit nicht, was sich von Dakota Johnsons Figur halten soll, ne? Weil, wir haben ja grad schon gesagt, wir mögen sie beide, aber ich frag mich halt irgendwie echt, warum sie, also, was sie in dem Franchise so wollte, weißt du? Ich habe tatsächlich gelesen, dass sie aus ihrer Agentur gegangen ist, eine Woche nachdem der erste Trailer veröffentlicht worden ist. Es kann also sein und sein, dass sie da auch ein bisschen unzufrieden mit war. Und bei ihrer, bei ihrem Auftritt bei Saturday Night Live vor zwei oder drei Wochen war's, hat sie auch in ihren Monologen ein bisschen gegen den Film geschossen, was jetzt für SNL nicht unüblich ist. Aber ich hab auch irgendwie das Gefühl, dass sie vermutlich auch, wie alle anderen, die da mitgewirkt haben, wissen, was das für ein Film ist. Und ich nimm's ihnen nicht übel, weil Sony wird gut bezahlen. Ich bin nicht sauer auf die, dass sie es gemacht haben. Ich kann auch so eine S.J. Clarkson verstehen, dass sie mal einen Film inszenieren wollte. Wie gesagt, alle müssen Geld verdienen. Ich bin wirklich mehr sauer auf Sony, die so ein Produkt durchgewunken haben. Und gerade halt eben auch die, ich glaube, es waren wieder vier bis acht Drehbuchschreiber, Schreiberinnen, die da involviert waren. Sorry, das ist einfach keine gute Geschichte. Das ist von der Grundidee nicht übel, aber es ist halt einfach erzählerisch und von der Charakterisierung der Figuren ist das halt eine Vollkatastrophe. Da funktioniert für mich wirklich gar nichts. Das ist ohne Raffinesse, das ist ohne Liebe, das ist komplett lustlos heruntergekorbelter Standardkost. Ja, das ist leider so wie so Reißcracker. Weißt du, so diese Puff-Reißcracker, das ist Madame Web. Puff-Reißcracker fürs Auge. Ja, ich finde es halt einfach nur sehr schade, weil wir haben ja gesagt, das ist ein guter Cast. Ich finde es halt einfach nur schade, dass deren Potenzial nicht so genutzt wird, weißt du. Das finde ich halt schade. Ja, total. Ich meine, selbst wenn du halt mal so Action-Szenen hast und diese Action-Szenen sind ja meistens darauf hinausgelegt, dass die vier Damen halt vor diesem Bad Spider-Man halt fliehen. Aber da fehlt mir auch eine gewisse Intensität. Ich will jetzt hier nicht, dass da irgendwie das Blut spratzt. Das meine ich damit nicht. Aber ich hatte nie so das Gefühl, dass sie wirklich in Gefahr sind. Weil auch diese Figur des Bösewichts halt auch so hanebüchen war. Ja, über den müssen wir nicht reden. Das war eh wie der unterste Schublade der Marvel-Superbösewichte. Aber wirklich, er hat einfach so keinen Hintergrund. Er ist einfach nur böse. Er sieht gut aus, hat Geschmack und hat auch irgendwie halt Kräfte. Also er ist irgendwie giftig. Aber das kann er dann auch nur, er ist nur dann giftig, wenn er es will anscheinend. Also es ist, weißt du, wenn der Film mich wirklich interessiert hätte im Laufe seiner Handlung, da hätte ich, glaube ich, da wären, glaube ich, ganz viele Fragen in meinem Hirn aufgeploppt. Aber so habe ich auch meinen Aufdurchzug gestellt, glaube ich. Ja, ich muss auch sagen, dass mir Cassys Charaktereentwicklung, also ich fand die auch nicht so nachvollziehbar. Also ich fand generell so ihr Grundproblem, was sie ja hat, dass sie auch so ein bisschen so unbeholfen ist quasi. Ich habe anfangs gedacht, das wäre nur mit Kindern, aber scheinbar auch mit anderen Menschen so. Dass sie halt, ich verstehe den Gedanken dahinter nicht so, weil dann wird halt gesagt, okay, das liegt halt daran, weil ihre Mutter sie halt quasi, Erführungsstrichen, schlecht behandelt hat oder sie nicht wollte, zumindest dachte sie das immer. Und deshalb ist sie jetzt heutzutage so und so. Das fand ich irgendwie auch nicht so glaubhaft. Und dann fand ich auch die Entwicklung, die sie durchmacht, auch irgendwie so, das war auch so oberflächlich, weißt du. Das konnte man irgendwie auch nicht so wirklich glauben, wie das dann am Ende dann so rauskam. Ich meine, sie kommt ja näher, diesen Mädchen näher, ne. Aber das war auch irgendwie so, nee, weißt du, wie viel Zeit haben die jetzt wirklich miteinander verbracht, so, weißt du. Ja, es ist halt einfach, wie in diesem ganzen Franchise bei Spider-Man geht es ja auch immer um das Thema Verantwortung. Und hier bei Madame Web auch kann man nochmal vielleicht etwas genauer sagen zum Thema Mutterschaft, weil Cassie ja ohne Mutter groß geworden ist und deswegen, das ist für den Film halt die Ausrede, weil sie keine Mutter hatte, ist sie sehr abweisend und kühl zu allen Leuten, auch zu ihren Kollegen so ein bisschen. Es gibt zu Beginn eine Szene, da bekommt sie von einem kleinen Kind ein Bild geschenkt, weil sie als Rettungssanitäterin halt ihre Mutter gerettet hat, also von einem Kind. Und sie weiß halt nichts mit diesem Bild anzufangen. Das war so unangenehm. Ja. Das war so unangenehm. Und da weißt du halt eben auch schon, wo die Reise hingeht, denn natürlich will sie sich auch am Anfang nichts mit diesen drei Mädels zu tun haben und hilft ihnen eher mehr so widerwillig, weil sie ist halt Rettungssanitäterin, da muss man halt schon helfen und daraus entspinnt sich dann halt eben diese Verantwortung. Aber das ergibt auch für mich keinen Sinn, warum ist sie denn Rettungssanitäterin? Ich habe keine Ahnung, warum sie für jemanden, einen Menschen, der gefühlt alles von sich so abweist, was menschlich ist. Ja, das verstehe ich nicht. Finde ich auch eine seltsame Berufswahl. Da wäre, weiß ich, Steuerbeamte, würde da mehr Sinn machen als Rettungssanitäterin. Aber sei es drum. Es ist halt wirklich so, dass du relativ früh auch weißt, wie das enden wird, einfach von ihrer Charakterentwicklung. Und diese Charakterentwicklung ist ungefähr so elegant wie ich auf dem Eis. Also das ist, ja, mir fällt kein besseres Gleichnis gerade ein. Das musst du uns jetzt aber auch zeigen. Nein, das nicht. Ich wollte noch eine Sache sagen. Ja, bitte. Wie unangenehm ich das Ende fand. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir darüber reden können, aber es war halt einfach nur. Das Lustige ist, dass uns ja vor der Vorführung Sony wirklich ermahnt hat, nicht spoilern. Da sind Sachen drin, da werden die Leute aber gucken. Haha, ne? Und ich glaube, ich weiß nicht genau, was ich damit meine, aber ich nehme mal an, das kann man ja, glaube ich, schon sagen, weil das jetzt auch überall propagiert worden ist. Der Film spielt halt 2003. Und es gibt halt so ein paar Figuren. Alleine die Vornamen reichen schon, dass man mit ein bisschen Spider-Man-Wissen erahnen kann, wer da gemeint ist. Und der Film ist halt einfach, ich fand das irgendwann nur noch nervig, weil er spielt halt so ein bisschen mit so, na, was glaubst du, was diese Figur mal wird? Na, was glaubst du, was der Typ hier für eine Funktion hat in der Zukunft? Na, was glaubst du, mit wem ist der wohl verwandt? Und er hat das Gefühl, dass jeder wusste es, aber der Film tut immer noch so, na, na, großes Geheimnis. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich fand es irgendwann nur noch lächerlich. Ja, ich mochte das auch nicht. Obwohl ich sogar eben noch irgendwas gelesen hatte, dass die ja sogar irgendwie, glaube ich, ich glaube, die wollten sogar andere Spider-Mans dazu holen für den Film. Und dann, dass die sich dann doch dagegen entschieden haben, überhaupt irgendwas mit Spider-Man in den Film zu involvieren, was ja dann irgendwie nicht stimmt. Weil es ja doch da ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Tom Holland das Skript gelesen hat und dann gesagt hat, nee, die Scheiße macht immer schön ohne mich. Das könnte nicht mehr sein. Ja, und ansonsten halt das Finale an sich ist auch relativ, also, ich weiß nicht, so, es hat sich für mich nicht wie ein Höhepunkt angefühlt. Ne, 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 ne. Hast du noch irgendwas, was du zu Madame Web loswerden möchtest? Ne, ich glaube nicht. Ich bin einfach nur irgendwie fertig. Seelisch. Okay, dann können wir jetzt noch gerne ein Fazit fällen. Es fällt eher negativ aus, aber sei es drum. Oh, eine Sache vielleicht noch. Wenn ihr diesen Film guckt und ihr genauso viel Spaß habt wie die Melanie und ich, oder vor allem wie ich, und der Film ist, er denkt euch so, ah, verdammt, doch, jetzt muss ich noch warten, bis dieser Scheiß Abspann vorbei ist. Nein, müsst ihr nicht, es kommt nichts mehr. Ja. Also zumindest bei unserer Vorstellung war das so. Hätte man uns ja auch vorher sagen können. Zwinker. Zwinker, ja. Okay, gut. Fazit Zeit. Pass auf, ich mach's kurz. Für mich ist das ein total lustloser Blockbuster von der Stange. Wenn das wirklich die Art von Film ist, die Sony mit ihrem Spider-Man-Universum machen will, dann seh ich für dieses Universum ehrlich gesagt schwarz. Ich mag die beiden, oder die drei Hauptfilme von John Watts mit Tom Holland, die find ich richtig schön. Aber, okay, den ersten Venom, den fand ich auch noch okay, aber was danach alles kam, war wirklich katastrophal. Und leider ist Madame Web für mich aktuell wirklich das Schlusslichter. Also ich fand Morbius schon wirklich ganz, ganz furchtbar, aber Madame Web, Gratulation, hat's geschafft, dass ich sage, ja, Morbius ist schlecht, aber Madame Web fand ich tatsächlich noch schlechter. Und es tut mir wirklich im Herzen weh, weil ich, weil hier wirklich eigentlich sehr viel Talent involviert war, aber dieses Talent wurde meiner Meinung nach, ja, verschwendet. Und nichts ist schlimmer als verschwendetes Talent. Und deswegen sage ich ganz klar, keine Empfehlung. Für mich der erste richtig, richtig harte, große Flop des Jahres. Melanie, dein Fazit bitte. Ich glaube, ich bin in dem Film gar nicht mal so, also ich hab nicht mal so negative Gefühle, also, weißt du, so wie du. Ich hab das Gefühl, ich bin irgendwie gemäßigter, aber ich fühl mich einfach nur leer, weißt du. Ich fühl einfach nichts dazu. Ich glaub einfach, ja, weil, keine Ahnung, irgendwie war das letzte halt von Marvel wirklich nicht mehr so gut. Und ich fühl jetzt einfach gar nichts mehr dazu. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch das angucken. Aber ihr könnt es auch sein lassen. Das wird Sony so auf die DVD draufklicken. Ja gut, damit wären wir hier durch. Vielen Dank fürs Hören. Wir sind hier durch. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Und auch auf unserer eigenen Webseite, www.tele-stammtisch.de. Ich fühl mich jetzt gerade auch so ein bisschen leer. Ich hab mich so gerade so ausgekotzt irgendwie. Da ist man müde danach, ne? Wirklich, wirklich. Ich glaube, ich geh jetzt auch gleich ins Bett. Ja. Okay. Ich sage Tschüss und Melanie, dir gebührt das letzte Wort. Du kannst auch gerne ein bisschen Werbung von deinem YouTube-Kanal machen. Achso, nee, lieber nicht. Lieber nicht. Melanie Kali auf YouTube. Geht nicht auf meinen YouTube-Kanal. Okay, ich verstehe, was du davor hast. Umgekehrte Psychologie. Sehr clever, sehr clever. Also dann, tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.